wir sind schon voll dabei auf jeden fall kommt jetzt aber treffen der ist hinüber und einer ist noch da na komm schon ja ich glaube das war's das noch einer und wir in der nähe sind gegner ich habe enten hochfliegen sehen ok wird also so vor uns oh hier ist schon der dicke oh sehr geil wir werden mal sehen ob es sehr geil ist ich glaube könnte spannend werden hast du ihn oh ja oh gott kommt er da eine richtung glaube ich mist jetzt hat er mich angebrutzelt der sack ich wurde irgendwie angezündet das gegner er hat ach du warst da ok ich wusste nicht dass du da oben steh ja ich hab mir ich lade mal kurz nach und dann ja das mag aber überhaupt nicht wenn man auf ihn schießt und er ich weiß wie er an den ran kommt ja so kommen jetzt die andere noch nachladen und dann können wir wieder saures geben jetzt wieder alter wie der dann abgeht oh gott nein jetzt hat das mir wieder hat das hier wieder besorgt ja ja oh hier sind gegner drin oh echt nee das ist der dicke ok alles gut alles gut ok so ich bleib mal hier oben und lade jetzt wieder weiter nach ja viel braucht er nicht mehr schade ja der ist gleich hinüber aber ein schuss noch oder so ja oh oh ich wurde angeschossen von rechts da ist er da war glaube ich zwei ich habe das gefühl hinter mir ist auch noch einer das ist das dickste was ich kriegen konnte ja 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 Oh. Dieser Hurensack, ey. Wo ist der denn? Der kommt links. Oh Mann, ey. Ah, ich krieg's nicht hin, ey. Ich krieg's nicht hin. Untertitelung des ZDF, 2020